so und an der stelle werde ich jetzt mal versuchen meinem glück noch mal holt zu werden heute oder dass mir das glück noch mal holt wird heute das wäre schön im sinne von dem blauen wunder nicht rot nein nein blau blau habe ich gesagt ja genau danke versteht mich schon was auch nach dahinter eisen und wir uns einfach mal hier drumherum kaputt das eisen auch so drum winde hier das kann ja eigentlich so abtragen nur beim diamant bin ich da mal ein bisschen vorsichtiger so eins zwei drei ja gut ist auch nicht die welt aber ja ja ich weiß da finde ich schon endlich diamant bin trotzdem nicht zufrieden hör doch auf nee nee alles gut alles gut es ist okay ich habe meinen willen gekriegt so jetzt muss ich noch mal gucken so und so machen wir so weiter ich habe hier irgendwie sind wir noch gar nicht so weit gegangen oder da ist ja schon der ausgang wir sind noch gar nicht so weit gegangen wir kamen das gerade so unnötig lange vor weil wahrscheinlich weil wir zwischendurch ja auch nach dem anderen zeug da geklöppelt haben und auch so viel kohle zwischendurch noch dabei hatten so jetzt muss ich aber mal ganz kurz wieder so ein bisschen vorsortieren irgendwo blöd mir auch hier die lava wieder aufs ohr gerade dass ich ja fast sagen möchte ich muss ja dann eh mal irgendwann irgendwie hier ein bisschen zeuglos werden äh von dem was ich nicht mitnehmen will also hier spricht cobblestone und 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 so ne die frage ist nur wo blubberts nicht dass das jetzt irgendwo von oben kommt gleich oder von der seite ich bin auch einfach dann vorbeigelaufen keine ahnung so ok eine höhle wäre jetzt auch geil nochmal ne weil ich ja nur noch zwei spitzhacken habe das wäre wahrscheinlich blöd aber das könnte ich mir dann merken weil es blubbert und ich glaube auch dass es gerade geplätschert hat muss es sein dass irgendwo neben uns oder über uns was ist aber das jetzt wieder zu finden und zu suchen wird auch wieder doof jetzt höre ich die geräusche auch schon wieder nicht mehr also wahrscheinlich sind wir da jetzt schon wieder außerhalb dieses bereichs eine ahnung aber vielleicht finden wir ja trotzdem noch was hier unten aha danke so kommst du den plätz nicht mehr mit weil voll redstone ist dann naja können wir noch ein bisschen geht ja aber auch relativ schnell mit dem voll na gut die schaufel können wir dann noch irgendwo zerrammeln hier dass die dann auch verschwunden ist jetzt nichts mehr zum abtragen finden dann haue ich die einfach in die lava aber ja es ging mir ums gebirgsbiom und ausschließlich auch ums smaragd dass ich jetzt jemand gefunden habe natürlich geil klar war ja auch das größte ziel mit hier unten aber wenn wir schon im gebirgsbiom sind wie gesagt nach smaragden zu suchen was ich jetzt mal machen würde pass mal auf ich mache mal folgendes ganz anders ich gehe mal nach oben vielleicht stoßen wir zufällig noch auf eine höhle vielleicht kommen wir aber auch irgendwo raus wir gehen nicht den weg zurück den wir gekommen sind klar wegen der lava und so wollte ich ja aber vielleicht kommen wir ja auch noch irgendwo mit hin wo lava ist wer weiß hier ist auf jeden fall mal erde ein bisschen noch kann ich da eigentlich noch mitnehmen hier habe ich ein 47er habe ich da gerade könnte ich nämlich die schaufel noch ein bisschen auskloppen hier und die erde noch voll machen so ist die wenigstens auch weg zufällig noch ein bisschen eisen am start und kohle gut wenn wir jetzt nach oben gehen finden wir natürlich keine diamanten mehr mit drei müssen wir erstmal zufrieden sein wir haben ja in anderen höhlen heute schon genug gefunden aha aber ich wollte gerade sagen wenn wir noch im gebirge sind finden wir auf jeden fall noch smaragden jo und damit haben wir auch schon die letzte spitze das heißt wir müssen eh nach oben so die frage ist nur 21 ist jetzt noch nicht die welt aber wir müssen mal na gut wenn wir jetzt nicht nach oben kommen die spitze hacke eher kaputt geht weil wir vielleicht gerade in einem mordsmäßig hohen berg drin sind keine ahnung dann können wir immer noch nach unten gehen und unten wieder zurück gehen und dann auch das zeug in die lava hauen andernfalls schmeißen was einfach in unser lavabecken in der schmiede ist ja nicht das große thema hier ja ich mache das mit der spitze hacke weg ist egal wohl nicht kann es auch mit der hand machen die spitze hacke noch ein bisschen schone auf der anderen seite kann die ja auch kaputt gehen eins von beiden ist beides wurscht erstaunlich manchmal klebt man sich nach oben und kommt noch in höhlen rein diesmal nicht so level 43 ist im gebirge natürlich jetzt noch nicht keine ultimative höhe und wie gesagt wenn wir noch über ins markt stolpern sollten oder so wäre ich auch erfreut ansonsten werden wir hier wahrscheinlich nicht mehr den großen riss machen aber eh Zeit zurück zu gehen dann langsam nehmen wir jetzt noch das eisen mit hier so jetzt sind wir zumindest gleich mal auf dem meerespiegel biome die frage äh äh meerespiegelhöhe die frage ist jetzt nur wo befinden wir uns denn kommen wir jetzt mitten in irgendeinen berg raus dann wird die spitze hacke nicht reichen oder kommen wir jetzt gleich an die oberfläche weil wir vielleicht gerade an einem tal sind oder so alles ist möglich die spitze hacke wird auf jeden fall reichen sag ich jetzt mal da kommt Erde zum vorschein gutes zeichen an der stelle sind wir vielleicht doch schon oben aha huchala wo kommen wir denn jetzt hier raus ach quatsch ach quatsch ach quatsch ne wirklich jetzt ist ja geil er hat es mit allem gerechnet aber nicht damit ich habe gerade gedacht kommst du einen Moment hier ist ja cool so aber manchmal passt es wirklich wie die Faust aufs Auge oder smart cool wissen wir wenigstens direkt wo wir sind cool sehr geil ja cool so ein spaß eh sehr cool ja ist ja gut dass wir unterwegs noch zeug mitgenommen und immer ein bisschen einen nach vorne gerückt sonst wären wir wahrscheinlich genau da rausgekommen und hätten uns die schienen noch demoliert weißt du das ist ja also ich würde die spitzhacke noch irgendwie gerne kaputt machen wollen noch mal so äh kies haben wir den auch mitgenommen ja haben wir da kann ich jetzt mit der spitzhacke einfach mal den kies noch mit weg machen hier egal schaufel haben wir eh keine mit der Faust würde es genauso schnell gehen aber dann können wir uns wenigstens noch den kies gönnen hier fürs Lager und die spitzhacke mit kaputt machen ja oder keine ahnung oder hier einfach mal noch mit rein durchhacken keine ahnung warum vielleicht finden wir noch kohle oder smaragd in diesen bergen hier ist alles zu erwarten ich irgendwie ich 밀 와 ach weiß ich doch nicht jetzt auch bloß ein gedankengang weiß irgendwas dass das ding jetzt mal auseinander fliegt hier und ich noch ein bisschen mein zeug mit voll machen kann hier egal egal mit was wie viel kies können wir denn überhaupt mitnehmen 36 haben war dann kriegen wir das vielleicht auch noch ein bisschen voll wenn auch nicht ganz voll weil die spitze eher kaputt sein wird aber geht ja auch nur ins prinzip das eine weg das andere mit so kaputt kann er noch die feuersteine mit einsammeln hier von mir aus natürlich auch noch ein bisschen leben mitnehmen können auch klar aber dafür jetzt auch nicht mehr ein bisschen erde noch kommen ein bisschen weg snacken hier fällt kein menschen auf das egal war nicht unnötigen linge ziehen die scheiße ab nach hause endlich 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 und dann können wir auch aufhören fast also ich glaube weiß gar nicht eine zwei müssen wir noch machen wenn die vorbei jetzt muss ich erstmal wieder rechnen aber wir kommen von natur und haben alle acht wir haben kohle eisen gold smaragd redstone kupfer diamant und lapis lazuli alle acht erze die es bei minecraft gibt bringen wir mit hatten wir das überhaupt schon mal müsste ich liegen so erstmal nach oben feuerstein aufräumen so sonst haben wir nix hier oben der rest ist unten ich mache mal erst mal erst mal hier erdtoe ein bisschen füllen wieder passt dies ein bisschen die fackeln wieder da rein redstone lapis lazuli smaragd und diamant so und dann müssen wir erstmal schmelzen gehen bis gleich